Und mein Schwerpunkt liegt ein bisschen mehr darauf, zu sagen, was sieht denn die Organisation und die Person nicht? Also das heißt, wo gibt es denn da bestimmte blanke Flecken, Schatten, die Veränderungen im Weg stehen? Das heißt, ganz oft ist es so, dass theoretisch in jeder Person, in jedem System, in jeder Unternehmung eigentlich eine natürliche Evolution stattfinden könnte und sollte, aber irgendwo gerät das in Stocken. Und wenn das in Stocken gerät, dann hat das meistens oder ganz oft was damit zu tun, dass es da ein Aspekt ist, der der Organisation oder dem Individuum in dem Fall nicht bewusst ist. Das heißt, es gibt eine unbewusste Dynamik, die dem ein bisschen im Weg steht. Und diese Dynamik zu verstehen, da mehr Aufmerksamkeit hinzubekommen und zu verstehen, okay, was genau versucht es zu beschützen? Was genau ist denn die Funktion dieses blinden oder blanken Flecks, den man so hat? Das ist die Arbeit, die ich mache, damit dann am Ende alles aus dem Weg geräumt ist und sich Entwicklung weiter manifestieren kann. Sowohl, wie gesagt, bei Privat- oder bei Einzelpersonen als auch bei Organisationen. Ich bin Joanna Breidenbach, ich bin Sozialunternehmerin und habe vor nunmehr, ich muss immer rechnen, wie viele Sender jetzt es sind, aber es sind jetzt wirklich acht Jahre, meinen Chefposten aufgegeben und das Better Place Lab arbeitet seitdem selbst organisiert und habe in der letzten Zeit natürlich dafür sehr, sehr viel über diese Dynamik von New Work, Selbstorganisation gelernt und begleite immer noch das Better Place Lab. Ich habe Team vier Tage im Monat und mache ansonsten sehr viele andere Sachen im Innovations- und Startup-Bereich und aber ein Arbeitsschwerpunkt ganz klar ist für mich, auch mit Bettina zusammen zu erforschen, welche kulturelle Entwicklung sehen wir denn in New Work? Und wie verändert sich unsere Welt gerade in der Wende von einem Paradigma, dem industriellen Leben hin zu einer neuen Welt, die wir ja auch erst nur in ersten Zügen kennen? Und wie kann Innovation aussehen, damit sie wirklich den Namen verdient, dass sie wirklich eine Zukunft uns erschafft, die lebenswerter ist als das, was wir heute haben? Und genau, das ist so, was wir, Bettina und ich schreiben gerade ein zweites Buch, das Folgebuch von New Work meets Inner Work, sind wir gerade so dabei, die erste Fassung fertig zu machen, machen wir auch ein Crowdfunding wieder dazu im Sommer, also das sind so einige Tätigkeitsbereiche von mir. Und vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, wie ich Bettina zum ersten Mal kennengelernt habe, weil wir haben wirklich eine lange Geschichte miteinander, weil ich bin seit vielen Jahren von Xing, die machen ja immer einen New Work Award und in der ersten Jury-Sitzung, die wir hatten, wurde mir ein Jury-Mitglied vorgestellt, also ein totaler Exot, nämlich so eine richtig punkige, eckige, provokante Frau, ja, die so halb so alt war wie ich. Und das war Tina, damals nur mit sehr kurzen Haaren. Und ich erinnere mich noch, Tina, wie du da reingegangen bist und wie du den Kontrapunkt zu diesen ganzen doch eher weißen, wohl saturierten Männern irgendwie dargestellt hast und da ein bisschen den Laden aufgemischt hast, in dem du sehr viele Wahrheiten einfach so mal platziert hast, die die Herren sonst nicht so gewohnt waren zu hören. Also das war eine sehr erfrischende Geschichte. Das stimmt, das stimmt. Jetzt warst du kurz eingefroren, Johanna. Dass du heute dabei bist. Vielleicht so ein bisschen als Intro ist es ja so, dass wenn Bettina und ich bisher auf uns mit Macht beschäftigt haben und wer von euch New Work Meets Inner Work gelesen hat, weiß ja vielleicht, dass wir das schon an einzelnen Stellen auch ganz bewusst angehen. Aber es ist nicht ein sehr dominantes Konzept, mit dem wir so sehr viel arbeiten. Wir haben Macht natürlich beschrieben immer, wenn wir über kompetenzbasierte Hierarchien schreiben, wo wir sagen, okay, New Work ist für uns eine Verteilung von Macht von der Führungsspitze, von der Unternehmensspitze viel breiter ins Unternehmen. Und in kompetenzbasierten Hierarchien ist es eben halt so, dass jeweils die Menschen die Entscheidungen fällen können und damit dann auch eben Macht haben, die die relevanten Kompetenzen und die relevanten Informationen dafür haben. Also das ist so die generelle Bewegung, diese Verteilung, diese Neuverteilung von Macht im Unternehmen, die mit New Work einhergeht, die nicht einfach beliebig, dass alle plötzlich die gleiche Macht haben, sondern dass die eben an bestimmte Kompetenzen gebunden ist. Und der zweite Aspekt, wo wir immer wieder an Macht rankommen, ist, dass wir merken, was war eigentlich die Motivation von Unternehmern, ihr Unternehmen oder auch die Motivation von anderen Menschen im Team, New Work einzuführen. Und häufig haben wir da gesehen, beziehungsweise insbesondere Bettina hat das gesehen, weil die ja mit viel mehr Teams arbeitet als ich, dass manchmal der Impuls für New Work aus einer Unsicherheit oder aus einer durchaus einer Vermeidung von Macht und aus einem Widerstand gegen Macht von der Unternehmensspitze entsteht. Dass eben Gründer, die in ihrer eigenen Biografie Macht als übergriffig erfahren haben, schlechte Erfahrungen mit Macht gemacht haben, dass die New Work ganz toll finden, weil plötzlich, oh Gott, plötzlich müssen sie nicht führen, mehr direktiv und müssen nicht die Macht so ausführen. Und was Bettina dann beschreibt, ist, dass wenn in solchen Unternehmen die Macht nie wirklich besessen worden ist, dann kann sie auch nicht wirklich ans Team übergeben werden. Dann funktioniert diese Verteilung nicht mehr. Das scheint eine Dynamik zu sein, vielleicht Bettina, sagst du dann später noch was mehr dazu, die relativ häufig ist und dass es wie so ein kleiner Bypass ist von Menschen, dass das eine Organisationsform ist, wo sie ihre eigene Schattendynamik ein bisschen mit verdecken können. Und ich glaube, das sind so zwei sehr dominante Aspekte, die wir immer in unserer Arbeit beleuchten. Aber Tina, mich interessiert jetzt nochmal, lass uns mal vielleicht auch ganz von Anfang anfangen, weil du hast bei uns einen Blogpost geschrieben, in dem du eine Beobachtung von dir geteilt hast, die Bettina und ich total interessant fanden, nämlich, dass viele Menschen, die sehr, sehr enthusiastisch sich auf Veränderungsprozesse eingelassen haben, die neue Arbeits- und Führungsformen einführen wollten in ihren Unternehmen, dass die an so einen Punkt gekommen sind, häufig wo sie sagen, ach Gott, das funktioniert ja alles nicht, so ein Frustpunkt. Wo sie sagen, okay, eigentlich so die Versprochene, das, was wir uns wirklich versprochen haben von agilen Methoden, von Selbstorganisationen oder anderen Schritten in Richtung New Work, ist nicht so richtig eingetreten. Und deine Vermutung, die du in diesem Artikel dann ja auch ausgeführt hast und ich kann den nachher auch nochmal hier im Chat posten, war, dass ein Grund dafür ist, dass wir im Unternehmen oder dass wir einfach als Gesellschaft nicht explizit über Macht sprechen, sondern dass es da ganz viele Tabus und so Schattendynamiken gibt, die einem wirklichen Erfolg von New Work an der Stelle im Wege steht. Und darüber, das ist ja so ein bisschen so der Aufhänger, auch mit dem wir heute hier erscheinen. Und jetzt ist so für mich erstmal die Frage, was ist eigentlich Macht für dich? Denn so wie ich es verstanden habe, hast du eine spezifische Definition von Macht, die darunter unterscheidet zwischen einer Macht, die einem Menschen als Erleben oder als Haltung zur Verfügung steht, ich fühle mich mächtig, oder eben den Instrumenten von Macht, die wir in Unternehmen sehen. Und da beschreibst du eben Hierarchie und Kontrolle als klassische Machtelemente. Und dass das zwei unterschiedliche Aspekte sind. Das fände ich total interessant, wenn du damit anfangen würdest. Ja, gerne. Also Max Weber definiert ja aus der Soziologie kommend Macht erstmal als die Fähigkeit, den eigenen Willen gegen Widerstand durchzusetzen. Also das heißt, Macht im Unterschied zu Einfluss ist beispielsweise, dass es bei Einfluss nur bedingt einen Widerstand geben muss. Macht in dem Sinne heißt tatsächlich, ich möchte etwas schaffen, ich möchte etwas in die Welt bringen und jemand anders möchte das nicht. Oder eine Struktur möchte das nicht. Oder es gibt Ressourcen nicht, kann man auch sagen. Das kann auch eine Knappheit von Ressourcen sein, die meinem Willen entgegenstehen. So, das heißt aber, die eigentliche Beschreibung von Macht geht hier auf diese Fähigkeit, das zu tun, zurück. Und diese Fähigkeit ist eben keine Handlung, sondern ist eine Eigenschaft. Das bedeutet, es ist mehr eine Form von, wie du ja schon gesagt hast, ich bin mächtig. Nicht ich tue etwas Mächtiges, sondern ich fühle mich mächtig oder ich bin mächtig. Und das heißt, und das ist ganz interessant, auch mit Blick auf den Artikel, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, Macht hat ganz viel mit Identität zu tun. Also das heißt, Macht ist ein identitätsstiftendes Element. Das hat viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, damit, wie ich mich selber wahrnehme und wie ich mich im Kontext meiner Umgebung wahrnehme. Also das heißt, wenn ich mich als einen mächtigen Menschen empfinde, erst mal wertfrei dahingestellt, dann werde ich in Situationen anders reingehen, auch in Unternehmen, die vielleicht zum Beispiel eine Struktur haben, die mir nicht gefällt, die vielleicht einen Führungsstink haben, der mir nicht gefällt. Wenn ich eine Ohnmacht in mir trage, also das heißt, wenn ich mich nicht bemächtigt fühle, etwas zu tun, dann werde ich natürlich unter bestimmten Strukturen deutlich mehr leiden, weil ich das Gefühl habe, ich kann da nichts dagegen tun. Das heißt, Macht hat viel mit Selbstbeschreibung zu tun. Gleichzeitig ist es aber so, und das ist ganz interessant, oft im Dialog, gerade wenn es um Organisationen und New Work geht, wird Macht mit Hierarchie gleichgesetzt. Und das ist ein bisschen so ein Trugschluss, weil Macht ist, wie gesagt, der Identitätsaspekt und dann nutzt Macht Instrumente wie Hierarchie und Kontrolle. Also das bedeutet, Hierarchie kann ein Instrument sein von Macht, um sich auszudrücken. Einfach zum Beispiel, weil ich sage, naja, ich bin eine sehr charismatische, mächtige Führungsperson in einer Organisation. Ich habe etwas, was ich tun möchte, aber ich habe irgendwie 40.000 Mitarbeiter unter mir, die kann ich nicht alle persönlich anrufen. Das heißt, ich brauche die Hierarchie, um das Ganze nach unten weiterzugeben. Der zweite Aspekt, wie gesagt, ist Kontrolle. Eine Macht muss nicht immer Kontrolle ausüben, aber Macht kann kontrollieren, auch hier wieder um ihren Willen umzusetzen. Und das mal auseinanderzudividieren und zu schauen, okay, was passiert denn da, ist vor allem, wie gesagt, für New Work ganz interessant, weil die Frage sich stellt, was genau nehmen wir eigentlich weg, wenn wir in New Work Transformationen gehen und was wollen wir denn noch behalten? Weil wenn wir den Identitätsaspekt wegnehmen, dann fehlt irgendwas. Gleichzeitig, wenn der nicht besprochen wird, wird der in diesem Transformationsprozess mit drin sein. Und das ist, können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, ein Aspekt, worauf meiner Theorie nach, wie in dem Artikel ausgeführt, auch viele Transformationsprojekte mit Blick auf New Work auch gerne mal scheitern, weil der Identitätsmoment hier einfach nicht mitgedacht wird. Vielleicht kannst du genau das mal ein bisschen nochmal darlegen. Also, welche Rolle spielt Macht in einem konventionell-hierarchischen Unternehmen? Was sieht man da für typische Muster? Und wie verändert sich das dann in New Work, wo wir ja grundsätzlich auf jeden Fall die Instrumente abbauen? Ja, also was ist da so die Bewegung von Macht? Genau, also in einer konventionellen Organisation, sagen wir mal, in einem klassisch, ganz strikt, hierarchisch aufgebauten Unternehmen, starke Führungsperson, sieht man ganz oft in Familienunternehmen zum Beispiel. Also das heißt, Gründungs, entweder die Gründungsperson ist noch am Leben und führt das Unternehmen, oder es ist die zweite, dritte Generation, es wurde übergeben und so weiter. So hast du aber eine starke, starke im Sinne von mächtige Person an der Spitze, selbst wenn die nicht mehr operativ tätig ist. Immer noch ist sie aber der Identitätsfaktor, der sozusagen den Spark des Unternehmens hält. Und die nutzen Hierarchie, um das effizient in die Welt zu bringen. Ganz oft sieht man aber auch, und das ist jetzt zum Beispiel in großen Konzernen, die immer noch sehr klassische Organisationsstrukturen fahren, was man ganz oft sieht in weiter runtergelegenen Ebenen, ist, dass Hierarchie ohne Macht existiert. Das heißt, dass du zum Beispiel einen Bereich hast, in dem es zwar Hierarchie gibt, die ist auch sehr stark, aber es gibt keine mächtigen Menschen in dieser Hierarchie, weil Macht kann immer nur von der Person gehalten werden, nie von der Struktur. Und was dann passiert, was man sehr schön und sehr oft ja beobachten kann, sind Schattenorganisationen. Das heißt, du kommst in so einen Bereich rein und, keine Ahnung, in ein Meeting, und da ist eigentlich klar, da sitzt die Führungskraft, und da sitzt der Assistent, und keine Ahnung was, und 50 andere. Aber das Meeting geht nicht los, bis die eine Person in den Raum kommt, die vielleicht der dritte Bereichsleiter vom vierten Aspekt, also so, der eigentlich nicht hier in der Linie steht, aber der so viel Macht hat, dass er zum Beispiel das Meeting nicht starten lässt. Oder bestimmte Informationen fließen immer über die gleiche Person und nicht entlang der Linie. So, das sind Schattenorganisationen, die wahrscheinlich jeder kennt aus den großen Organisationen, wo es implizit eigentlich eine ganz eigene Struktur gibt, die dann mit der Hierarchie nichts zu tun hat. Der zweite Aspekt ist, wenn es Kontrolle ohne Macht gibt. Also das heißt, wenn du eine Führungskraft hast, die sich selbst zum Beispiel als nicht mächtig empfindet oder diese Macht nicht hält oder halten kann, kommt es ganz oft zum Micromanagement. Also das heißt, dass sie versucht, durch noch mehr Druck am Ende des Tages ihre Prinzipien durchzusetzen. Oder das sind Strukturen, in denen von unten sabotiert wird. Daher können die Führungskraften, sie kann dann reingeben, was sie möchte, es passiert einfach nichts. Da hast du auch meistens die Situation, dass da irgendwo ein Machtvakuum besteht, was nicht geschlossen wird. Beispiel auch, wenn eine neue Führungskraft reinkommt in so einer Struktur, die noch nicht das Standing hat, also die Machtbasis hat, aber theoretisch von der Hierarchie völlig legitimiert wäre. So, das ist so das Klassische. Muted? Genau. Und wenn wir jetzt den Übergang so einer Organisation, ein großer Konzern sagt jetzt, wir machen New Work, was geschieht dann häufig in deiner Erfahrung? Ja, dann wird es ganz interessant, weil dann ist zum Beispiel mal die Frage, wie wird denn jetzt diejenigen, die Macht initialisieren, soll die New Work initialisieren? Wie stehen die Zenden zu dem Thema Macht? Also du hast es ja vorhin gesagt, manchmal wird ja auch von Macht oder von Führungsverantwortung geflohen. Das bedeutet, in dem Moment, in dem Macht beispielsweise ein Tabuthema ist oder in dem das schlecht konnotiert ist, wird ganz oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das heißt, dann wird zu viel abgebaut. Also das heißt, dann wird im Wesentlichen die Logik angestrebt, naja, wir müssen Hierarchien abbauen, wir müssen Kontrolle irgendwie ins Wir geben und dann wird aus dem Ich auf einmal das absolute Wir. Und über das Ich, nämlich ich, die Person, die Macht haben kann, zu sprechen, ist nicht mehr in Ordnung. Beziehungsweise dafür gibt es keinen Raum mehr. So, und was jetzt ganz schön zu beobachten ist, tatsächlich immer und immer wieder, sind zwei Sachen. Das eine ist, die Macht, das Machtbedürfnis, also das Bedürfnis nach Wirksamkeit geht nicht weg, sondern es wird am Ende nur in einer anderen Form sichtbar. Und das hat man dann auf der einen Seite in Strukturen, wo auf einmal es eine Gruppe von Leuten in der Organisation gibt, die die moralische Überlegenheit haben, weil die machen ja jetzt New Work. Das sind die, die wissen, wie es besser geht. Und die formen eine Gruppe und auf einmal ist sozusagen soziale Verbindung, Zugehörigkeit, diese moralische Überlegenheit, zu wissen, wie es eigentlich besser wäre, ist das, was diese Macht auf einmal innerhalb dieser New Work Gruppe konstituiert. Und dann haben wir ein Wir gegen die. Und in dem Moment, in dem Wir gegen die dasteht, ist natürlich die Sache mit der Veränderung schwierig, weil dann, warum sollte sich da jemand drauf einlassen? Das bedeutet, Macht findet ihren Weg. Das Zweite, was passiert und was man auch sehr schön beobachten kann, ist, wenn das eine gewisse Zeit läuft und New Work tatsächlich irgendwie kommt und es geht rein und es geht rein, ab einem gewissen Punkt wird es träge. Also das heißt, es wird träge im Sinne von, es wird ein Kraftakt und dieser Kraftakt macht natürlich müde. Warum? Weil, was ich vorhin meinte, mit Macht ist ein Identitätselement, um den eigenen Willen durchzusetzen. Da ist ganz viel Schaffenskraft drin. Das heißt, ganz viel individuelle Gestaltungskraft. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich darf nicht mehr meine Bedürfnisse gestalten, weil am Ende geht es ja nur um uns, es geht ja nur um die Gruppe, dann muss ich konstant darauf warten, dass die Gruppe im Wesen es schafft, einen neuen Purpose und einen neuen Willen zu generieren und das ist in unerfahrenen Gruppen extrem schwer. Der Hintergrund davon ist so ein bisschen, dass in den letzten Jahren sich der Gedanke eingebürgert hat, dass es so etwas gibt wie einen Purpose einer Organisation oder sozusagen ein Standalone-Ziel einer Organisation. Ich persönlich glaube da nicht dran, es gibt Menschen, die es vertreten. Ich persönlich glaube nicht daran, dass eine Struktur in sich einen Sinn haben kann, sondern am Ende ist eine Organisation, immer dafür da von Menschen zum Leben erweckt zu werden und wenn diese Menschen aber quasi darauf warten, dass dieses abstrakte Organisationsding ihnen einen Sinn gibt, dann entsteht am Ende so ein, also dann steht ein PAD, weil dann stehen die voreinander und wissen nicht mehr, was sie tun sollen und dann wird es anstrengend und dann kommt es zu dem, zu dieser Veränderungsmüdigkeit, wo New Work einfach so ein bisschen ins Leere läuft und einfach extrem anstrengend wird. Ich glaube da haben wir einen Punkt, wo wir uns unterscheiden von, weil wir würden definitiv sagen, dass es ein Puppes gibt, eine gemeinsame Entwicklungslogik oder eine Entwicklungsrichtung einer Gruppe, da können wir vielleicht ja später nochmal drüber sprechen. Eine Gruppe ja, eine Organisation würde ich widersprechen, also eine Gruppe von Menschen ja, aber eine abstrakte, nicht an Menschen gekoppelte System glaube ich nicht, aber genau, können wir gerne darüber diskutieren. Was würdest du denn sagen, was können denn dann Teams tun, um solche Diskussionen, du hast ja gesagt, Macht wird häufig tabuisiert und dann entsteht, wenn ich das richtig eben verstanden habe, auch sowas wie so ein kleinster gemeinsamer Nenner, wo niemand auch in der Lage ist mit seiner Exzellenz oder mit ihrer Exzellenz wirklich sich zu zeigen und auch Sachen einfach umzusetzen. Was ist denn dann so, welche Wege gibt es denn dann, um diesem Dilemma zu entkommen? Was für eine Art von Diskussionen muss man führen und auch welche inneren Kompetenzen sind denn dafür notwendig? Also vielleicht erstmal zu der Art der Diskussion. Ich glaube, die allererste Frage ist, ist es in unserer Gruppe okay über Macht zu sprechen, ja oder nein? Also ist es ja oder nein? Wenn ja, warum? Was verstehen wir denn überhaupt drunter? Und dann, dadurch, dass es wie gesagt in meiner Perspektive ein individuelles Thema ist, stellt sich schon mal als allererstes die Frage, nehme ich mich als mächtig wahr oder gibt es eine gewisse Ohnmacht in mir? Also gibt es, wo bin ich da auf diesem Spektrum? Und es ist ein Spektrum, es ist kein Ja oder Nein, sondern es ist, glaube ich, verschiedene Aspekte sind da im Bleib und wo kommen die her? Weil bei Macht ist ja natürlich auch immer die Frage, also gibt es im Grunde zwei Kernfragen. Wenn ich, wenn wir identifizieren in unserer Gruppe, gibt es eine Machtstruktur? Und das wäre dann quasi die nächste Frage auf das Team bezogen. Okay, es gibt eine Machtstruktur. Dann ist die Frage, worauf fußt diese Macht und mit welchen Mitteln bedient sie sich? Also das heißt, wir müssen als Team identifizieren, basiert diese Macht auf sozialer Bindung, basiert diese Macht auf individuellem Charisma, basiert diese, also ist es eher eine Frage von innerer Haltung, ist es eine Frage von sozialer Kompetenz? Das sind ja die unterschiedlichen Mänen. Und welche Methoden, welche Werkzeuge werden genutzt, um diese Macht zu stabilisieren? Also Hierarchie, Kontrolle waren das vorhin, es kann aber auch andere Sachen sein. Und dann ist die Frage, am Ende wollen wir das so? Ist das in unserem Sinne oder können wir das auf andere Art und Weise darstellen, die vielleicht mehr in unserem Sinn ist? Je nachdem, was wir erreichen wollen. Es gibt ja auch unterschiedliche Zielsetzungen an dieser Stelle. Aber diese beiden Dialoge, glaube ich, sind ganz wichtig zu führen. Erstmal, was bedeutet Macht für mich? Wie fühle ich mich an dieser Stelle? Wie viel, was bringe ich da an den Tisch? Und in unserer Struktur, in unserem Team, wo findet Macht statt? Wer hat die? Worauf fußt die? Und welche Werkzeuge werden benutzt? Und das zu thematisieren, ist, glaube ich, zentral. Und könnte ich mir das so vorstellen, dass du dann wie eine Aufstellung im Raum machst und sagst, stellt euch mal entlang der Form auf, so entlang von hier ist sehr, sehr wenig Macht und hier ist sehr viel Macht und dann hast du so ein Soziogramm am Ende von einem Team zum Beispiel und darüber diskutierst du dann? Ist das so eine Methode, die man verwenden würde? Genau, das ist genau sowas. Also das heißt, ich habe jetzt letztens erst mit einem Unternehmen das gemacht und dann habe ich die erst eben in die individuelle Reflexion geschickt, so wie übt ihr eigentlich Macht aus? Und dann waren sie alle so ein bisschen verschämt und waren so, nee, also ich brauche ja keine Macht, also nee, brauche ich alles nicht, also ich arbeite, ich bin ja kollaborativ. Also wenn Macht das Gegenteil von Kollaboration wäre, auch sehr interessant. Und dann haben wir genau das gemacht. Ich habe gesagt, okay, jetzt ein Freiwilliger, du nimmst dir jetzt drei Leute aus dem Raum, stellst die auf, je nach der Machtstruktur, sagst aber nicht, wo oben und unten ist. Also sagst nicht mächtigster, wenigstermächtigster, sondern stellst die einfach hin. Dann habe ich den Nächsten genommen und gesagt, und du positionierst es, die Nächsten, basierend auf dem, was da steht. Du weißt nicht, was dein Vorgänger gemeint hat, du stellst die einfach dazu, wie es für dich richtig ist. Zwei, dreimal gemacht, dann hat sich ein Bild ergeben. Und dann habe ich die Leute gefragt, wie fühlt sich denn das an? Und es hat sich herausgestellt, dass es verhältnismäßig konsistent war. Und das war spannend, weil es eben nicht zur Hierarchie gepasst hat. Und dann kannst du darüber sprechen, wo kommt das her? Wo ist da ein Störgefühl drin? Und so. Es ist am Ende einfach nur, was du damit machst, ist, du machst Dinge beobachtbaren, in Beobachtung verändert. So, das ist die Grundlage von allem. Und wenn irgendwas nicht beobachtet werden darf, dann wird es immer Veränderungen verhindern. Und deswegen sprechen wir darüber in der Art und Weise. Um solche Diskussionen zu führen, brauchst du natürlich in einem Team schon auch einen wirklichen Vertrauensraum. Weil sich da zu positionieren oder jemanden so zu platzieren, was zum Beispiel einer offiziellen Hierarchie widerspricht, das ist natürlich auch durchaus voraussetzungsvoll, nehme ich mal an. Das kann man, wie gesagt, das kann man im Daily Doing, kann man das ein bisschen aufweichen, indem zum Beispiel eben die Personen nicht belabeln müssen, warum sie so gestellt haben, wie sie gestellt haben. Und bei einer großgenuken Gruppe verzerrt sich das Bild genug, dass da keiner zu sehr exponiert ist. Interessant ist es allerdings, wenn die Leute dann da stehen, was es mit den Menschen macht, die da aufgestellt worden sind. Also es sind weniger die, die die Position gewählt haben, sondern mehr die auf einmal in der Position sind, die es zu beobachten gilt. Weil was dann ganz schnell passiert, ist ein Unwohlsein, eine Übersprungshaltung. Ich stehe jetzt hier ganz vorne, was heißt denn das? Bin ich exponiert oder bin ich jeder Anführer? Weiß ich nicht so genau. Und dann siehst du sehr schön, wie die individuelle Person mit dieser Macht umgehen kann. Und im Idealfall kann man mit denen dann nochmal nacharbeiten. Aber klar, nichtsdestotrotz, solche Prozesse haben immer einen Vertrauens, also brauchen immer eine gewisse Vertrauensbeamte. Vielen Dank. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne nochmal dich, Bettina, reinholen. Und dann seid ihr dran. Dann können wir diskutieren über eure Erfahrungen und Fragen zum Thema Macht in Organisationen, insbesondere in New Work-Organisationen. Bettina, wenn du so Tinas Ausführungen zuhörst, so wo entstehen dann da bei dir Resonanzen und wo hast du das Gefühl, okay, das ist deine Perspektive oder deine Erfahrungen, vielleicht sind andere. Also jetzt so vom Grundprinzip würde ich dem, also würde ich das alles unterschreiten. Also dass dieses, also dass man das, dass es ein Teil dessen ist, was wir in einem Team besprechbar machen müssen. Ich habe gemerkt, ich fand es ganz interessant, ich habe gemerkt, dass sich macht tatsächlich so ein bisschen, also sich zwei Formen, von Macht unterscheide in meiner Arbeit. Und zwar habe ich das Gefühl, eine Organisation als solches hat systemisch einen Machtstrang, der sich verteilt. Also ich habe das gerade bei dir sehr aus der individuellen Sicht gehört, sowas nimmt, nimmt sich das Individuum, wie verorte ich das in mir selber? Und ich merke so, dass ich da oft auch sehr systemisch denke und einfach wie so, es gibt einen 100% Kuchen an Macht und dann gucke ich auch immer, wie verteilt der sich in der Organisation, also ich gucke da aus so einer, also es hat sich ein bisschen in mir anders angefühlt, als ich dich gehört habe. Das fand ich einfach interessant für mich nochmal zu merken. Und ich habe gemerkt, dass ich mich sehr damit beschäftige und da fände ich es toll, wenn du dazu nochmal was sagen könntest. Wenn ich mich mit Individuen zu Macht auseinandersetze, dann beschäftige ich mich auch immer viel mit diesem Belonging und Becoming, also Sicherheit und Autonomie Verhältnis, weil ich das Gefühl habe, dass wie machtvoll sich jemand erlebt, auch sehr intrinsisch mit seiner inneren Balance zwischen seinem Sicherheits- und Zugehörigkeitsgefühl und seinem Autonomiegefühl zu tun hat. Und ich fände es super, wenn du da nochmal deinen Blick vielleicht drauf teilen kannst, wie du das vor Ort ist. Und dann würde mich nämlich als Anschlussfrage da interessieren, wie begreifst du Veränderungen im Individuum dazu? Also das eine ist ja, dass die Organisation sich verändert, dass jetzt sagen wir, wir gehen von was Hierarchischem zu etwas Non-Hierarchischerem und dann muss ich das Individuum natürlich da drin irgendwie zurechtfinden. Aber in meinem Verständnis gibt es ja auch Reifegrade von Machtverständnis, zumindest so wie ich drauf schaue. Und wie siehst du das denn und wie entsteht denn da Bewegung? Ja und in mir würde das halt, wäre das eine Kette. Also es hat was mit dem Sicherheits- und dem Autonomiegefühl zu tun. Dann entsteht darüber die Verbündung zu meinem Willen, darüber steht mein Machtverständnis, so agiere ich in der Welt. Und das darf sich dann verändern, so wie ich mich halt verändere. Das können wir dann auch als Reifung bezeichnen. Aber das ist ja jetzt nur mein Bild und mich würde mal total interessieren, wie du da drauf schaust. Total, total. Also ich glaube, zum ersten Teil der Frage, ich glaube, es ist total relevant, wie gesagt, es ist das, was ich vorhin meinte, mit worauf fußt denn diese Macht? Also wo kommt denn das her? Also entweder Macht- oder Ohnmachtsgefühl, das ich habe. Ist das, weil ich sehr gesettelt bin in meinem, was du jetzt Belonging-Element nennst, und weiß, okay, ich bin einfach sicher gebunden, würde man auch sagen, und habe dadurch, ich habe die Möglichkeit bekommen, aus einem sicheren Rahmen heraus, mich zu explorieren, in die Welt zu gehen und meinen Willen zu bekunden. Und das war überhaupt nie ein Problem. Das ist ja so ein Element, wie dieses Gefühl von, wie gesagt, Selbstverksamkeit oder Macht oder wie auch immer entstehen kann. Aber natürlich kann Macht auch aus einem, sagen wir mal, Defizit oder aus einem Mangel entstehen, im Sinne von, ich versuche, ich habe gelernt, dass ich mir einen Raum nehmen muss, weil ihn mir keiner gibt. So, das kann ja auch, das kann auch ein Ursprung von einem individuellen Machtverhältnis sein. Absolut würde ich das unterstreichen, dass es von außen auch gar nicht immer so deutlich nachzuziehbar ist oder sofort einsehbar ist. Aber da kommt dann dieser Entwicklungsschritt rein. Ich glaube, du kannst, du aus diesem Element von, es kommt aus einem Defizit heraus, muss es, glaube ich, eine Entwicklung, eine Reifung geben, um ein entspannteres Verständnis für die eigene Machtstruktur zu haben und einen gewissen Komplexitätsgrad beispielsweise auch halten zu können. Das ist ja Beispiel an Führungskräften, die irgendwann an den Punkt kommen, was ihre Führungsverantwortung angeht, die aus einem Defizit heraus agieren, der einfach nicht mehr haltbar ist. Also der, die dich so überfordert, weil der Druck von außen extrem groß wird. Und wenn die dann anfangen zu scheitern, dann geht es natürlich direkt durch. Weil das, wie gesagt, dann ist am Ende die eigentliche Ohnmacht, die dahinter steht, nämlich niemand wird mir den Raum geben, wenn ich mir ihn nicht nehme. Das wird sofort getriggert. Und deswegen, je höher du steigen möchtest, sage ich es jetzt mal, in deiner Karriere oder in deiner Führungsverantwortung oder in deiner Gestaltungsfähigkeit, umso gesettelter musst du, glaube ich, in dir sein, umso höher muss dein Reifegrad sein, weil sonst hältst du den Druck einfach nicht aus. Also ich erkläre mir das immer so ein bisschen mit so einer Druckkammer, wenn da keine Foundation dahinter ist, platzt es irgendwann. Persönlich glaube ich, ich habe ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Blick ist, aber das Belonging und Becoming für mich ist, je authentischer ich bin, umso automatischer bin ich in Bindung. Das ist meine Perspektive darauf. Also das heißt, für mich ist es weniger ein Entweder-Oder oder ein Entweder-Oder ist ein, sozusagen in meiner Welt, sozusagen ein weniger reifes Stadium, sondern für mich ist eher ein, ich komme in eine Authentizität, in der ich völlig bei mir angekommen bin und damit entsteht automatisch die Bindung zu anderen und damit ist es der Ausdruck und die Bindung kein Widerspruch mehr. Das wäre für mich ein hoher Reifegrad und damit ist nämlich auch mein Wille, den ich in die Welt bringe, mein Machtverständnis nie, nicht mehr gegen die anderen, sondern es geht, es ist kein Zero-Sum-Game mehr. Das heißt, wenn ich gewinne, verlierst du. Das wäre zum Beispiel ein sehr hoher Machtgreifegrad in meiner Welt, was man auch schön meiner Meinung nach an sehr souveränen Führungskräften sieht, die abgeben können und das ist zum Beispiel für New Work wichtig, wenn du jemanden hast, der wirklich gesettelt ist, in sich, authentisch, in Bindung, mit einem starken Machtgefühl, nenne ich es jetzt mal, der kann die Hierarchie ohne weiteres abgeben, der kann ohne weiteres Kontrolle abgeben, weil damit er in sich nicht mehr in Gefahr ist und das, glaube ich, ist das sozusagen das Ziel an Reifung, was in der Stelle stattfindet. Antwort ist die Frage. Ja, also ich finde das interessant, weil ich habe jetzt eben gerade darüber nachgedacht, wie habe ich denn das erfahren, als ich Macht abgegeben habe, als Gründerin. Und ich glaube, mir ist das in dem Sinne leicht gefallen, weil ich gemerkt habe, dass eine bestimmte Macht mir immer noch zugestanden wird. Mir wird immer noch eine Autorität im Team. Ich habe noch meine Rolle im Sinne von, dass ich eine gewisse Autorität habe, dass man mir vertraut, dass man meiner Meinung vielleicht ein bisschen, manchmal ein bisschen Extragewicht noch gibt als von anderen, einfach aus der Erfahrung heraus und weil die Menschen anerkennen, dass das meine Idee mal war und dass sie sich ein bisschen auch in diesem Strom von meiner Idee, das verändern die total, aber sie akzeptieren immer noch die Ursprungsidee und wir haben sogar bestimmte Begriffe dafür im Team noch, die eher so quasi auf die Historie, für die ich stehe, eher darauf irgendwie rekurriert. So sagen wir dann zum Beispiel, das ist sehr läppig, Better Place Lab, das ist sehr läppig und sie sagen, heute ist das Lab nicht mehr so läppig. Es hat sich verändert, aber es wird immer noch dieser Grad an irgendwie, ja, so einem Imprint, den ich da reingegeben habe und deswegen ist es mir auch, glaube ich, sehr leicht gefallen, weil ich an der Stelle nie mir jemand irgendwie mich herausgefordert hat oder so und das fand ich, das stimmt dann zu dem, was du gesagt hast. Da braucht es aber auch eine Anerkennung oder Bettina, du sagst ja immer, es braucht eine Würdigung von dem, was davor gewesen ist und dann kann auch das Neue total gut entstehen und dann muss man das Alte, definitiv kann man das auch gut loslassen, aber diesen Aspekt braucht es eben dann an der Stelle. Für den gesunden Teil des Alten braucht es eine Würdigung, nicht für den pathologischen Teil. Genau, genau. Den pathologischen Teil gab es doch bei mir nicht, Bettina. Müssen wir jetzt mal so stehen. Aber ich finde noch eine Sache dazu, also weil du auch, Bettina, du vorhin sagst, es gibt diesen systemischen Teil, der quasi als Strang drin ist. Ich habe heute in Vorbereitung einen ganz interessanten Artikel gelesen, der auch über die Nachfolge von Macht, also das Übergeben des Machtstabs quasi spricht und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was absolut institutionalisiert werden kann, wo eine klare Struktur dafür existiert, dass wenn jemand wie der Gründer zum Beispiel jetzt in Joannas Fall rausgeht, dass es ein aktives Weitergeben des Stachelstabs geben muss, ohne dass der alte Teil damit abgeschnitten wird, sodass was Neues entstehen kann. Und das ist zum Beispiel so eine Struktur, die auf jeden Fall auch in großen Organisationen, in Veränderungsprozessen existent sein kann und das unterstützen kann. Ja, und auch wieder Sachen explizit machen, die normalerweise sehr häufig einfach dann so im Tagesgeschehen einfach implizit sich verändern. Genau. Ich sage Ihnen, von der Struktur in der Stellung und dem die Zerst nhiều oder die Leitblands in der Struktur in der Struktur wobei das Struktur in der Struktur ein das